hallo freunde der virtuellen realität schön dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen video und heute gibt es kein gameplay sondern ein unboxing und ein gewinnspiel und zwar hat mir der entwickler von dispatch entity stray hat mir hier dieses paket geschickt zukommen lassen und ich bin gespannt was drin ist ich habe ich noch keine ahnung was da drin ist das wollte ich zusammen mit euch hier auspacken und der ben will unbedingt mitmachen ja dispatch ist ein escape room game was im ja so science fiction setting ja angelegt ist und ja ist ein deutscher entwickler aus berlin und ja danke dafür dass ich dieses paket bekommen habe und ja ich habe natürlich noch was für euch nicht nur das unboxing von dem paket hier sondern auch ein gewinnspiel und zwar habe ich fünf keys vom entwickler bekommen um die zu verlosen und ja die gehen natürlich an euch die keys wenn es ja wenn ich dann hier mal der ben ist hier am spielen ja wenn ich dann mal hier ausgepackt habe und dann erzähle ich nachher wie man daran teilnehmen kann und ja ich würde sagen wir packen jetzt einfach mal aus und ich bin gespannt was drin ist weil wir seht ist alles noch alles noch zu ja ich bin hier nicht am schieten und jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken wo ich das am besten auspacke und wie ich den bändern loswerde weil der der stört ein bisschen so hier mal einfach es hat er schon jetzt hat er schon freiwillig ab also hoffentlich sind jetzt hier keine leichten teil oder sowas drin das wäre echt übel das wäre echt übel wir haben ja kein halloween wir haben ja kein halloween jetzt können wir auch mal hier reißen man der ben guckt gespannt wann kommt was für mich wann kann ich mit irgendwas spielen der karton sieht schon mal ziemlich cool aus muss ich sagen so und jetzt hier ben so leute hier der karton mit dem dispatch logo drauf und ja dem raumschiff auf dem wir uns befinden ziemlich cool der hat auch diesen diesen neuen geruch den man kennt wenn man irgendwas auspackt so jetzt bin ich gespannt was denn drin ist füllmaterial füllmaterial leute 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 ist denn schon weihnachten also schokobonks das geht auf meinen bauch das geht auf meinen bauch einen guten weihnachtsmann mega ich mache mal hier ich mache mal hier den platz dann kann ich das hier besser aufbauen so hier noch eine karte sebastian da gucke ich gleich mal rein boah also das ist mal das ist mal eine überraschung habe ich nicht mit gerechnet habe ich echt nicht mit gerechnet haribo nochmal und sogar die vegetarischen die darf ich sogar essen hier diese sind nicht vegetarisch aber da freuen sich eventuell die arbeitskollegen drauf ne mega hier kommt ja immer mehr hier kommt ja immer mehr haribo die habe ich auch noch nie gesehen dickmanns otannenschaum mega sehr geil also wie ich das hier sehe werde ich nicht nur escape room spiele spielen müssen sondern auch noch mal ein paar sport games und da fällt mir noch power beats VR ein das spielen muss 12 of the fight bin ich euch noch den 12 runden kampf schuldig und hier noch mal lebkuchen alles passend zu weihnachten mega vielen dank an die entwickler von dispatch entity astray hier noch mal haribo geil boah der karton der karton sieht echt mega aus geil und da hat diesen echt diesen neuen geruch wenn man früher spiele gekauft hat die noch in kartons waren so so amiga games oder oder alte pc spiele die haben genauso gerochen wie das hier ich liebe den geruch so jetzt kommt noch mal hier eine karte lese ich euch jetzt mal vor ich hoffe ich kann auch vernünftig lesen und lesen hallo sebastian wir sagen danke für deine tolle arbeit du warst einer der ersten player im dispatch universum und dein feedback hat uns geholfen unser produkt weiter zu verbessern dafür bedanken wir uns mit einer kleinen aufmerksamkeit kleine aufmerksamkeit ist gut also wahnsinn diese lieferung ist glücklicherweise nicht im weltraum verloren gegangen du kannst sie ohne rätsel zu lösen genießen wir wünschen dir eine frohe und gesunde weihnachtszeit und freuen uns dass du ein teil der dispatch family geworden bist liebe grüße und auf weitere tolle projekte ja vielen dank an das dispatch team und ja ich bin froh dass ich einer der ersten war der das spiel hier spielen durfte und hat mir auch echt spaß gemacht auch wenn es echt nicht einfach war aber ihr habt da echt ja auch mit dem update nochmal echt was verbessert und vielleicht kommt ja noch der eine oder andere update für das spiel raus und ja ich habe eben mal die bewertung gelesen können wir uns gleich mal ein bisschen nochmal anschauen aber erstmal wünsche ich euch natürlich auch eine tolle weihnachtszeit bleibt alle gesund und ja ich hoffe natürlich auch auf viele neue projekte von euch und vielleicht gibt es ja auch das eine oder andere dlc für dispatch das wäre natürlich auch genial also vom setting her von ganzen mechanik her hat mir das echt gefallen ich hätte mir noch ein inventar gewünscht und so aber im großen und ganzen ist man muss sagen es war euer erstes projekt was ihr da auf die beine gestellt habt und dafür war es echt verdammt gut und ja beim nächsten game oder dlc was ihr auch immer macht was ihr vor habt holt die community so ein bisschen mit ins boot ja macht eventuell so close beta tests oder alpha tests und hört so ein bisschen auch auf die community öffnet ein discord wo dann leute auch ideen für euch dann präsentieren können und sowas hilft echt immens weil man kann nicht immer alles irgendwie auf dem schirm haben als entwickler das geht auch gar nicht also als auch normale person es gibt immer so leute die haben noch so geile und gute ideen was man da in dem spiel verbessern kann in irgendwelchen spielen und ja da kommt man manchmal auch gar nicht drauf und das merke ich immer selbst wenn ich ein spiel getestet habe und ein anderer ja zuschauer oder vr youtuber mit dem ich mich dann unterhalte hat es auch gespielt und wenn man sich dann so ein bisschen austauscht dann kommen echt super geile ideen zustande und ja vielleicht wäre sowas dann auch was für euch also erstmal vielen vielen dank habe ich nicht mitgerechnet ihr seid auch die ersten entwickler die sich so toll bei mir für meine arbeit bedankt haben also vielen vielen dank also mir hat es spaß gemacht das game zu testen und im live stream vorzustellen und ja ich hoffe euch hat das auch natürlich geholfen dass der ein oder andere das spiel dann auch gekauft hat also im live stream ging es auf jeden fall hervor dass der eine oder andere zuschauer das game gerne ja dazu holen möchte in seine bibliothek und ja ich bin froh wenn ich so helfen kann und schauen wir uns nochmal ganz kurz die die steam seite auch an so hier sind wir auf der steam seite und wir haben fünf nutzer reviews und die gucken wir uns gleich mal an und ich sehe hier auch gerade dass noch ein patch rauskommt und gucken wir mal ob wir mal ganz kurz sehen können um was es sich hier geht update sprache und allgemeine verbesserung deutsche sprache hinzugefügt mega echt gut gameplay zur leichten erkennung wurden die batterien in kartons verpackt position der taschenlampen batterie geändert schweißwerkzeug neu positioniert interaktive objekte werden stärker hervorgehoben haptische rückmeldungen optimiert die hervorhebung für den abstandsgreifer ist nun präziser lagerraum neu gestaltet werkstattbereich neu gestaltet weiter interaktive objekte hinzugefügt optimierung kegel der taschenlampe wurde verfeinert und ein flackern bei aktivierung zur besseren atmosphär hinzugefügt deckel störung wurde behoben deckels wurden vorher auf objekte projiziert die nahe zu nahe beieinander lagen schaltflächenanimationen wurden verbessert ja das man sieht auf jeden fall ihr arbeitet da echt gut an dem game und ja also für 12,50 euro ich habe echt schon viel viel schlechtere games für diese preise gesehen und euer spiel macht echt eine gute figur auch wenn es ja nicht von von day one aus perfekt war sage ich mal vielleicht hätte es geholfen wenn man das als early access titel ja rausgibt das hilft vielen entwicklern meistens dass dann auch keine so mega schlechten kritiken rauskommen und ja schauen wir uns jetzt mal die die zuschauer die kritiken an und ja hier sehen wir meine bewertung und ja hier sehen wir noch mal eine englische bewertung müssen wir jetzt nicht alles durchlesen aber die ist positiv und hier haben wir noch mal eine negative kritik the devs have listened to feedback and added smooth turning and other control options very good also herzlich nochmal bedankt hier auch dass was geändert wurde ja produkt rückerstattet ist immer ja echt schade weil man man sollte schon den den entwicklern auch die chance geben irgendein spiel zu verbessern und ja dass die auf das feedback dann auch eingehen können ja und hier for dos das ist ein zuschauer aus dem live stream sogar und er hat sich das spiel dann auch geholt und er hat da schon gut was hingeschrieben war aber auch begeistert und schaut mal wie lange der jetzt in dem game schon war also wahnsinn ad ad auch positiv also schade dass echt so wenig positive kritiken jetzt hier für das spiel rausgekommen sind oder ja gemacht wurden und leute also ich habe jetzt hier fünf keys zu verlosen und ich würde mich natürlich freuen wenn die leute die die keys nachher gewinnen dann auch den entwicklern dann ja rezession schreiben und egal ob die jetzt positiv oder negativ ist schreibt das was ihr denkt über das spiel also soll auch ehrlich sein es hilft niemandem wenn man da jetzt irgendwelche ja positiven kritiken ja generiert das soll nicht so sein also man sollte schon ehrlich bleiben bei solchen sachen und das hilft natürlich den anderen käufern dann auch also zockt das spiel und danach schreibt eine bewertung und ja bewertungen sind auch für steam halt wichtig für die entwickler genau wie es für mein kanal ist kommentare sind wichtig likes sind wichtig abonnenten sind wichtig alles geht in diese ja ben hat gerade spaß also fließt natürlich alles in die bewertung ein ins ranking und so weiter ja leute ich habe fünf keys zu verlosen und ich würde sagen dass wir ja ihr schreibt einfach in die kommentare erstmal dass ihr das spiel gewinnen wollt und schreibt einfach noch dazu dass ich auch weiß dass ihr das video hier ganz geguckt habt wie heißen die hier einfach mal in die kommentare ausschreiben also einmal dass ihr das spiel gewinnen wollt und einmal was ich jetzt hier gerade in den händen halte und zusätzlich noch wie heißt mein kater ja das erwähne ich ja hier in dem video auch und ja schreibt diese sachen einfach rein dann weiß ich okay jeder hat da wirklich das video hier geguckt und ja so sollte es sein dass nicht nur leute zum ja keys gewinnen hier ab sich ja bereichern wollen ohne das video zu gucken sondern sollten auch das video wenigstens gucken sollten abonnent sein wäre fair wenn es denn so ist und das kann ich natürlich nicht immer nachverfolgen aber wäre halt echt nett von euch wenn ihr meinen kanal dann auch abonnieren würdet ja wie gesagt schreibt dass ihr gewinnen wollt schreibt wie die leckerei hieß die ich gerade in die kamera gehalten habt und nennt mir einfach den namen von dem süßen kerl hier und ja die verlosung je nachdem wie viel leute es sind werde ich das eventuell auch wieder aus dem ja glas ziehen sag ich mal und das ganze wird dann wenn ich es schaffe mittwoch ist einsendeschluss um 3 uhr also 15 uhr mittwoch ist einsendeschluss also nächste woche und ja dann mache ich eventuell einen live stream von der auslosung und ja dann könnt ihr dispatch entity astray gewinnen und ich wünsche euch viel glück dankeschön fürs zuschauen hier und ja ich sag tschüss und der ben sagt bestimmt auch noch tschüss oder ben 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 der sagt auch tschüss und ja ich wünsche euch noch einen schönen Tag bis dann ciao hol bis dann dann Vielen Dank.